Okay, ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Erwarte also Ärger. Okay, schauen wir uns hier nochmal kurz oben. Vielleicht finden wir auch was. Kopierpapier oder irgend sowas. Elemental wichtige Dinge, die wir brauchen. Ja, was für ein Wahnsinn, mal. Also so eine Stützsäule hier wegzuhämmern, ey. Die ganze Bude hätte zusammenbrechen können. So, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Knifte abgibt. Wieso steht ihr schon wieder? Wieso stehen die schon wieder? Aha. Aha. Nie. Nie. Da geh ich jetzt noch nie hin. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nein. Okay. Aber Flinte scheint sehr effektiv gegen diese Wichser zu sein. Explosivgranaten. Alles klar. Also wie ist das die... Ist das die Notaufnahme? Das kann ja nicht der Haupteingang hier sein, oder? Für eine Notaufnahme sieht es mir auch ein bisschen komisch aus. Ist der doch eigentlich... Könnte schon fast sein. Ne? Aber... Hier. Schirmständer. Hand ist ab! Wo kann ich mein Schirm hinstellen? Stehen Sie bitte hierhin. Ja, guck mal. Jetzt seid ihr auf jeden Fall wach, oder was? Ich bin jetzt auf jeden Fall. Oh! Oh! Oh, oh, oh. Ah, das ist doch schiss. Eigentlich ist das schön, dass du das Spiel aber noch schaffst. Nicht zu erschrecken. So, okay. Gut. Oh, du. Du, mach mal. Okay, jetzt erstmal raus. Hierin Waffe abgelegt. Irgendwie auch da nochmal natürlich halt die Optik runternehmen zu können, wäre jetzt echt super. Aber naja, würde nicht gehen wahrscheinlich. So, kurzer Blick auf die Karte. Verrät uns noch in der Wäschekammer. Haben wir noch einen verschlossenen Koffer. Das ist ja krass. Das ist natürlich total cool. Ich weiß ja, kein Koffer ist natürlich nur spinnt. Aber, ähm, die Leichen sind liegen geblieben. Hallo, Lars. So. Okay. Ähm, gut. Okay, also würde ich jetzt einfach mal versuchen. Das Wandlungszimmer. Das ist unheimlich. Das ist wirklich verdammt unheimlich, diese Viecher hier überall rumliegen zu sehen. Weil du rechnest natürlich jeden Augenblick damit irgendwie das hier aufspringen. Bei meinem Glück tun sie es jetzt auch gleich. Der Safe ist offen. Okay, warum ist der Safe offen? Äh. Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Ist der Safe offen? Hier ist sicher doch eine Wackelfigur, oder? Ich höre sie doch. Wo ist sie? Und geht's? Ja. Okay. Hochfertiges Schießpulver. Hat das vorhin schon da gelegen? Ich glaube nie. Na gut. Da waren wir drin, da waren wir drin, da waren wir drin, da waren wir drin. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt raus und springen einfach nochmal in die Rabatten. Oder was? Und wie gesagt. Schöne, super hellen Landung. Schön mit dem Knie im Kies. Oh, fucking yeah, Freunde. Hier haben wir die Magnum. Ja, da ist kein Kopfschmerzen mehr übrig. Ja, geiler Scheiß. Hammer. Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, haben wir soweit alles hier drin abgefrühstückt. Und, äh, können in den Keller gehen. Ein Schuss mit der Magnum. Eigentlich würde ich die Magnum gar nicht haben. Ich wollte das Schrotgewehr nehmen. Ich weiß. Mann. Das ist ja ärgerlich. Aber, hey, okay. Wo kam der jetzt wieder her? So, ich bin auch recht gefühlt ordentlich. Rein theoretisch. Wir sind jetzt relativ nah an der Box. Ich würde ganz kurz nochmal hingehen. Mich nochmal entschlanken etwas. Weil wir werden auf jeden Fall da unten Sachen finden. Dann mal runter zu Carlos. In dem Keller. Die drei. Okay. Wer stellt hier einen Putzwagen hin? Hier sind Treppen. Das ist doch Quatsch. Können wir noch nicht hinwuchen mit? Na, traumhaft. Na, äh. Aber ganz traumhaft hier. Schön. Ich bin. Ach du Scheiße Was ist denn hier an die Lieferung? Mhm Sie soll doch schon kommen, Alter Ich sehe doch hier schon die Hunter wieder raushüpfen Oder noch schlimmer, Nemesis, oh Gott So, hier, Schlüssel steckt noch, Zündung ist noch an, okay Ja, nee, schön, das ist doch Großer Fahrstuhl, wo alle drauf hüpfen können Tja Wenn einfach mal die komplette Stadt gekauft ist Soll das auch keiner mitbekommen So, Pflänzchen Das sind mir unangenehm Viele große, offene Aufzüge hier Wirklich Shit Mhm Eine Gürteltasche Wunderbar Nichts findet man in diesem Spiel mehr als Gürteltaschen Nicht, dass ich mich besperren möchte Aber Ist jetzt, glaube ich, schon die fünfte Oder so, die vierte oder fünfte Vierte, glaube ich Nee, ist zu Da geht nix Okay Fahrstuhlnotiz An alle Mitarbeiter Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt Bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt Und die Sicherung durchbrennen lässt Wenn Sie auf dieses Problem stoßen Und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können Bleiben Sie bitte ruhig Sammeln Sie die Sicherung von dem im Lager aufgestellten Hilfsgenerator Und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu Okay Okay Nicolai Nicolai Ja Ich muss, glaube ich, nicht erwähnen, dass das hier eine Falle ist Also, das ist, glaube ich Das dürfte ja wahrscheinlich jedem klar sein So, wenn ich da jetzt runterspringe Die Frage ist Kommt Nemesis oder Kommt nur, in Anführungsstrichen, Hunter Weil, glaube ich, mit Zombies wird das nicht Die Macht sein Mann, was ist denn? Denk da an deine Knie, ey Kommt nie, ey Ich bin nur, glaube ich, mit Zombies oder Würfel